Moin Leute, Arkinon hier mit einem neuen Winterhauch Achievement und zwar ein frostiger Tanz. Wir tanzen kurz mit dem Schneemann vor uns und dann erkläre ich euch ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht, einfach nur als Schneemann verkleidet mit dem Gegenüber tanzen, der ebenfalls als Schneemann verkleidet ist. Wie man an dieses Item kommt, ganz einfach, ihr müsst rettet Metzen, ihr müsst Metzen das Rentier retten, dann bekommt ihr als Dankeschön einen Tag später dieses Kostüm per Mail, dieses dann einfach benutzen. Ihr braucht dafür einen Schneeball und dann braucht ihr nur noch einen, der ebenfalls dieses Achievement machen will oder euch helfen kann. Und dann geht das auch ganz schnell eines der leichtesten Achievements. Man muss im Prinzip nur einmal diese Quest gemacht haben, einen Tag abwarten. Und dann kann man als Schneemann in Dalaran rumtanzen, wie man will. Und ja, scheint ja super gut funktioniert zu haben. Kleines, nettes Achievement und dieses Kostüm kann man übrigens öfters verwenden. Also noch ein nettes Kostüm dazu gewonnen. Euch viel Glück beim jemanden finden, der das mit euch macht. Und viel Spaß, frohe Feiertage weiterhin. Wir sehen und hören uns. Euer Akinon. Ciao.